Hallöchen und willkommen zurück bei GTA Online und heute zocken wir die Mission The Jäger Train. Hallo Jungs. Hallöchen. Hallo Vater. Hallo. Ja, du hast die Mission ja ausgewählt, genau. Erzähl mal. Ja, wir müssen einen Renn fahren. Durch Züge. Durch Züge durch. Durch Zugwaggons vielmehr. Ach du Scheiße. Und das mit mehreren Leuten mit 16 Mann kann nur in einer Katastrophe enden. Ganz ähnlich wie die letzte Folge, wo der Ton ausgefallen ist. Aber gut, das war das Ende, Alter. Aber das Ende war so geil. Boah, ein Level 572. Ja, ich schick den mal, ich schick den mal, weil er ist ein Hacker. Wie geht das auch? 572, ganz ehrlich. MuffMuff ist auch am Start. MuffMuff hat sich übrigens bei uns entschuldigt. Ja, ganz höchstoffiziell. Schön für ihn. Ja, aber... Er hat trotzdem gerade den Benni getötet. Er hat immer den Benni getötet. Ja, eben gerade. Ja. Weißt du, was du was sagst, Benni? Wir haben uns nämlich noch gedacht, da... Ja, 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 war hinterhältig. MuffMuffMuffMuff, du kleiner Schlingel. Aber ich verzeihe dir. MuffMuffMuffMuffMuffMuffMuff. Ich verzeihe dir auch nicht. Entschuldige mich offiziell hier bei MuffMuff, dass ich ihn so überdrüssig beleidigt habe. Du darfst wieder... Mal gucken, ob du das nach dieser Folge immer noch so siehst. כל. Klar. Vor allem ist er in der Crew Rage. War ja natürlich auch ein bisschen mit Spaß gemeint. Muss man halt auch sagen. Corleone allerdings auch. Und Zitronen fast ebenfalls. Also ich habe alles so gemeint, wie ich es gesagt habe. Ja? Okay. Punkt. Punkt. Mehr gibt es da nicht. Ich war bei der Folge nicht dabei. Ich weiß nicht, was ihr da gesagt habt. Schöne Dinge. Erzähl doch mal. Nett. Och, guckst du einfach an auf meinem Channel. Welche Karre nimmt ihr? NTT. Ja, und guckt euch bei uns. Unbedingt bei wirklich jedem das Ende der letzten Folge nochmal an. Einfach die letzten zwei Minuten. Ich hatte noch nie mein Leben so ein Lachflasch, Alter. Die waren einfach nur gut. Ah, schön. Oh, ist ein GTA-Rin, ne? Oh. No, ich will den Job nicht verlassen. Sind die wahnsinnig? Okay, los geht's. Oh, da freut sich der Maff. Ein GTA-Rin. Oh nein. Na, das dürfte lustig werden, liebe Freunde. Die Motoren glühen. Der NTT hat irgendwie einen komischen Scheibenwischer. Den mag ich ja nicht so richtig. Vor allem steht der einfach in der Mitte. Was soll das denn? Gibt es die eigentlich bei 3-2-1 Gas? Oder direkt nochmal? Ich habe auch noch nie über das Rennen gespielt. Go! Sieht aber geil aus mit dem Berg im Hintergrund. Ob das die Andrea ist? So geil, ich bin jetzt weiter. Was, Tobi? Oh Mann, der Curry. Boah, es tut mir leid, Benni. Okay, wie löse ich die Dinger nochmal aus? Boah! Alter. Wie löse ich die Dinger nochmal aus, Freunde? Boah! Ma! Ich habe auch keine Ahnung. Nein! Oh Gott. Krass. Boah, Alter, was denn so enges Lauf da. Boah! Bitte was? Da kriege ich wieder so eine Architekten rein. Ja. Oh Gott. Boah, Alter, der ist ja mega nice. Nein! Oh, wie geht die Laserbooke denn ab? Boah! Da kommen wir niemals rein. Never. Das ist so übertrieben. Boah, was da noch für krasse Rampen kommen. Übel. Alter, Alter. Wenn ich da doch einweiligst mal am Anfang geschafft, ohne da so zu schnell zu besen. Oh Mann! Die fahren alle immer zurück und holen sich die Waffen. Ach nee! Gibt Gas, gibt Gas! Ich war drüber, ich war oben drüber! Oh nein! Nee! Das ist ja epic fail, ey! Heidetraut springt also mit in die Luft. Das ist ja epic fail, ey! Wie hab ich das gesehen? Das ist doch geil! Alter! Der Tobi ist schon wieder durch. Ja! Ja! Ich hätte es eigentlich auch schaffen können. Der Tobi hat einfach nicht so behindert gewesen. Und er wäre da voll gegen diese... Naja. Oh nein! Ich wäre durchgekommen! Laser Gurke Alex! Ey, Mann, Mann, Mann! Das kann dauern, bis wir das Rennen geschafft haben. Ja! Und dann werde ich noch abgeschossen, als ich endlich bloß war! Oh nein! Das sind welche durch! Oh! Maff, Maff! Maff, Maff! Scheiße! Kann er jetzt nicht angehen! Okay, jetzt bitte mich nicht erledigen! Ja! Ich bin durch! Alter! Hört auf zu! Alter! Ich bin... Scheiße! Ich steh im Kontinentrennen! Tobi, Nato hat das Rennen als Erster beendet! Ja, ist klar, der alte... Der Penner wieder... Ah! Tobi, rein! Dann wo es geht's? Aber er hatte Glück, er ist einfach durch das Loch gekommen. Schnell! Oder was? Ja, ich komm immer durch den Löcher durch! Ich hätte da auch schnell reinkommen können, aber ich hab's verfehlt! Jetzt sind endlich alle durch! Oh, Laser Gurke! Der Laser Gurke bleibt da jetzt ausstehen und hat alle abgeknallt! Dein Ernst? Alter! 616! Ich dachte, wir wären Freunde! Es gibt keine Freunde! Es gibt keine Freunde! Ich merke das auch! Vertraue niemandem! Sagte er! Scheiße! Boah! Wie die alle abgehen! Ich weiß es immer noch nicht! Ah, okay! Verstanden! Oh, was ein Jump! Oh Gott! Dafür geht die Animation an? Naja! Ich fahr jetzt rechts lang! Aber das bringt nichts! Oh, Curry! Hey! Deck da drin! Boah! Ich hänge fest! Oh, ernsthaft! Alter, der steigt bei mir aus dem Wagen aus! Nein! Y geht nicht! Oh nein! Was für ein Pech kann man bitteschön haben! Naja, egal! Ist ja ne Spaßkarte! Man soll auch Spaß nicht haben! Boah! 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 Übertrieben! Boah! Boah! Aber man muss da hoch? Oder was? Ich hätte vorbeifahren können! Ah nein! Tundra! Tundra! Ich schick dich in die Tundra! Da steht schon wieder einer, der wartet! Wir sind so schlecht! Jetzt aber! Nein! Ich bin hängen geblieben! Alter! Alter! Ich liege auf dem Rücken! Ey, der respawn geht nicht! Ey, der respawn... Jetzt geht er! Eben konnte ich nicht respawnen, da ist er ausgestiegen! Naja! Immerhin Vierter! Naja, immerhin Sechzehnter! Immerhin Fünfzehnter! Ich bin der Sieger der Herzen! Ja, Dennis! Wir liefern uns ein Battle! Jetzt noch hier! Jetzt aber! Huh! Das würde ich ja fast nochmal machen! Ja! Ja! Ich hab's ge... Nein! Och, Fick doch! Die Kanüle! Oh, was denn das? Ach, geil! Kann ich auch vorbeifahren? Boah! Yeah! Puh! Schade! Oh, jetzt hab ich verkackt! Komm, wenigstens noch als Vierter ins Ziel! Komm! Bitte Mutti! Wenn sowas von Nester... Ah! Nie beendet! Ey, das sollten wir nochmal wiederholen! Eigentlich war das ziemlich lustig! Ja, finde ich auch! Ne? Heidewitzka! Ist natürlich echt! Na, guck mal! Er wieder! Er, sie wieder! Ja, ey! Ja, ja! Der hat die Chance genutzt, als sich äh... 15 andere hinten festgehangen haben! Ist doch wirklich so! Ach, schade! Scheiße, ey! Enrico Italia hat auf sich selber gewettet! Yeah! 4 Sekunden! Okay, ja! Machen wir nochmal! Machen wir nochmal! Machen wir nochmal! Machen wir nochmal! Wiederholung! 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 Geschäftsweise sieht auch lustig aus! Ja? Was muss man denn da machen? Weiß ich nicht! Das ist ne Rennen auf jeden Fall! Ah! Daumen drücken, dass wir alle reinkommen wieder! Könnte durchaus interessant sein! Ah! Tobi! Sag kein Spielverderber! Tobi! Was war das denn? Der hat das egal gemacht! Das war bei Dennis, glaub ich! Wuff! Wuff! War er wieder am schlackern oder was? Ihr seid doch richtige Missis, wisst ihr das? Dennis hat gerade das Nutella ausgepackt! Alter! Da hab ich wieder Livestream gemacht! Hä? Wie Livestream? Nix, nix! Los bei euch, Alter! Hä? Los bei euch! Was hast du für kranke Vorstellungen? Hey, was? Perverse Schwein, du Alter! Widerlich! So! Erzähl doch mal ein bisschen von euren Erfahrungen so! Partner? Müssen wir jetzt hier mit Partner fahren oder was? Hm? Oh ja! Was ist mit Partner, ne? Hast du gerade gesagt? Erzähl jetzt mal von euren Erfahrungen! Was? Ja! Ich sag dazu nix! Mein Freund! Mein Lieber! Dennis! Sahraza! 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 Weh! Sahraza! 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 Bin ich deinem...εinh conseil! Bin ich dann...bist du mein Partner? Ne, ich glaub Dennis hat das noch umgestellt gehabt gerade! Du richtiger Typ ey! Riiihtiger Typ! Richtig. Wah. Heftige Scheiße. Was? Ich nehm den Rapid. Rapid GT. Der ist von der Horst. Oh. Bereit zum Rennen. Meine Dabuter. Los geht es. Liebe Freunde. Es geht wieder auf. Schmeiß die Motoren an. Wenigstens funktioniert es heute mal. Warum ist Playmessi von mir pink? Weiß ich auch nicht. Das ist schon wieder ein Ballerrennen. Das kann ja schwer werden. Aber dies war eine andere Karren. Fährt mein Wagen denn nicht? Ich kann nicht fahren. Hallo? Das eine Modell geht irgendwie nicht. Scheinbar. Ich kann aussteigen. Ich mach das jetzt zu Fuß. Hä, wieso klaut der mir jetzt mal ein Auto? Das fährt doch eh nicht. Hä, bei ihm fährt das. Bei ihm kann es fahren. Bei ihm kann es fahren. Und das geht. Echt? Warte, nimm mich mit. Hä, warte mal, warte mal. Warum ist der Walle bei mir pink und alles? Die Linkenamen. Benni auch und so weiter. Ist rot. Hä? Böwi hat Heidel drauf. Ey, tatsächlich. Warum geht das jetzt? Alter, was für ein Schwachsinn. Hä? Das backt total rum. Alter, was war da denn los? Ich habe gerade beim Kontrollamt was kaputt gedrückt. Ja, ich auch. Guck mal. Das ganze Rennen ist anders. Letzte Folge Tonausfall. Jetzt das. Stimmt. Warum fahren wir durch den Tunnel hier auf einmal? Ja, den gab es eben auch. Aber davor waren diese Container. Ja, das ist nicht mehr durch die Train, hä? Irgendwie ist es eine schade Buggy. Keine Checkpoints mehr. Das ist komplett im Arsch. Ja, also wirklich. Geil. Das ist cool. Aber wahrscheinlich, weil ich jetzt im falschen Auto sitze, sind die Checkpoints weg oder so. Aber mein Auto ist ja nicht gefahren. Ist geil. Ja, das kann sein. Weil wir jetzt in einem anderen Auto sitzen. Das Rennen ist auf jeden Fall jetzt voll die Herausforderung. Ja, das ist unglaublich. Aber wir hatten alle das gleiche Auto, oder? Ich habe diesen Audi-Verschnitt gehabt. Nee, nee, nee. Ich hatte dieses eine neue irgendwann. Das habe ich noch nie gehört. Doch, das. Ach, diesen Porsche-Verschnitt da. Hat ich. Neu ist das nicht. Benji? Ja, genau. Benji. Nee, nee. Ich habe es gar nicht auf Lager. Ich habe nicht darauf geachtet, ehrlich gesagt. Ja, hier sind die wunderschöne Autobahn. Ja, Santos. Toll, ne? Schon spannend gerade. Muss ich echt sagen. Vor allem, gibt es da überhaupt ein Ziel? Oder fahren wir gerade einfach alle durch die Welt? Glauben nicht. Interessant. Ach, es läuft wie geschmiert hier. Ich sage eben auch noch, es läuft doch heute. Ich wollte gerade sagen. Jetzt mal lieber nichts gesagt. Ja, es ist doch echt ein Trauerspiel. Yeah. Oh Mann, oh Mann. Ich glaube, es gibt kein Ziel, Leute. Ich fahr dir einfach mal hinterher, Benni. Du weißt, wo es lang geht. Aber wir können das Rennen ja auch nicht abbrechen, einfach, oder? Doch, mit dem Handy. Vielleicht kommen die ja ins Ziel und dann haben wir eine Zeit, Dings. Aber irgendwie habe ich auch keine Zeitangabe, nichts, wo ich bin. Du weißt gar nicht, wo es lang geht überhaupt. Ja, verlassen, tun wir mal das Rennen beenden. Ich kann das Rennen auch nicht beenden. Hallo? Job verlassen, ja. Wo machst du das? Im Handy. Du bist auf Job und dann... Ich kann den auch nicht verlassen, bitte was? Ich auch nicht. Doch. Hä? Du hast auch mein Handy? Alter, ja, ich bin am Handy. Bist du dir sicher? Ja, geht nicht. Ja. Jetzt ist mein Handy gefreezt. Scheiß iPhone. Diese iOS 7, ey. Alter, die Bug-Folge ever. Ich habe verlassen, jetzt hänge ich da auch fest. Ja, Leute. Alter, dieses Spiel. Im Bach. Das ist doch echt für den Arsch, Mann. Mal, oder? Aber ich scheinbar wissen die alle nicht, wo es lang geht. Kann das sein? Ne, wir fahren den einfach blind links hinterher. Ja, die fahren doch auch alle nur gerade aus. Also das ist wirklich ein Beispiel wieder. Wie toll geht die AR-technische Leute teilweise. Juhu! Wir sind jetzt gleich in der Stadt wieder, ne? Ja, ja. Aber die können das Rennen auch scheinbar nicht beenden. Ne, weil die Container sind ja auch alle nicht da. Ja. Oh, ein Geistert. Ja, ich habe ja gesagt, das müssen wir nochmal machen. Eigentlich war das Rennen lustig. Man hat es ja gesehen. Ja. Wie kommen wir hier jetzt wieder raus? Das ist die Frage. Wohl gar nicht. Neustarten vermutlich. Ja, Xbox-Neustarten, ne? Oder so. Oder halt Online-Modus raus und rein. Da kommt mir jemand entgegen. Boah, wer war das? Ich weiß nicht, wo wir hinlösen, ne? Und hier so? Ja, komm, wir beenden das mal. Ich gehe mal hier raus aus dem Spiel. Ja, wie sollen wir das denn rausgehen? Ja, geht ja Online verlassen im Hauptmenü, ne? Geht ja nicht anders. Also geht ja Online-Modus verlassen. Ja, wer muss das denn machen? Warum willst du das verlassen? Oh, gooo. Ja, liebe Freunde, mal wieder kleine technische Probleme, die zu Ende dieser Episode leider führen. Das gibt's doch gar nicht. Ups. Gibt's doch gar nicht. Warst du das? Das war ich, ja. Das war gut. Ich bin jetzt im Singleplayer. Boah, auf jeden Fall noch mal Action hier. Vom Singleplayer. Ich bin mal cool mit Leder beigetreten. Bist du gleich wieder im Rennen drin, Papo? Ja, das wäre gut. Ich steig jetzt auch mal dem Rennen aus und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Was? Von Let's Break GTA Online. Tschüss. Ja, sorry, ist ein bisschen kürzer jetzt, aber was sollen wir machen? Hör mal. Hölle. Ja, wieder die kleinen technischen Probleme, die GTA Online echt manchmal ein bisschen anstrengend machen können. Das ist wirklich so eine Angelegenheit, die nervt ein wenig, aber da müssen wir Foto-Double durch, denn wir mögen das Spiel ja sonst sehr gerne. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Wollt ihr mich bein, Jungs? Warum? Ja, machen wir das. Warum machen wir das dann nicht? Alter. Happy Ferとう. chen, Go. Homosibt. Haha. 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 Marcus. Vielen Dank.